so jetzt brauchen wir mal den das neta portal da würde ich mal sagen wir bauen das hier ein so oder bauen wir das mal hier ein wohin denn ist doch dreimal zweiner das aufgebaut das mal hierhin ist dreimal zwei so geht das dann auch an mit der zigarette ja mit dem feuerzeug würde ich sagen es geht so jetzt muss ich mir erst mal das quest buch durchlesen erst mal das quest buch durchlesen also fest ist jetzt im lager bitte schön da ist das mein dagebuch quest buch gleich 16 dinge die müssten eigentlich in 16 verschiedene kisten packen nicht dass mir ein klipper hier bei einer explosion und man alles kaputt schlecht ach so wie machen wir das dach hier dann übrigens wollen wir sehen also quest buch das haben wir das haben wir haben auch die nullte sache die nullte sache ach günter heißt er ja genau so das haben wir das mal wo ist jetzt dass das war hinten bei der 10 rotes danger diamants speckzakke baue 10 obsidien ab da steht es ja baue das einfache netter portal aus 10 obsidian baue 20 quarts erst ab und ab an die oberfläche 20 quarts erz da steht das ja alles wie man dann dieses ding macht so tageslicht sind auch du scheiße da muss ich erst mal gucken wie man das macht du hast bestimmt schon gesehen dass an der insel eingebäutender wasser ist dieses haus führt dich in das entsuche nähte eine festung bis sie mindestens sieben lohn und kämpfe mit endermännern und perlen gut ja was ist wenn man keine endermänner findet hier so wir müssen erst mal 20 wie man das jetzt 20 quarts 20 quarts genau fertig okay erstmal da wieder ein 20 quarts das feuerzeug nehmen wir natürlich mit so dann brauchen wir was zu essen haben war holz bringt auch nichts das brennt mir alles weg können vor allem mal gucken wie haben wir denn jedes dach gemacht das haben wir mit birkenholz gemacht was gar nicht überhaupt noch so viel holz haben 32 prima und da haben wir noch nichts mehr alles ins lager ich habe noch glas auf der faust na ja das kommt dann auch noch weg so 32 eisen prima hier kommst du hin und dann habe ich irgendwo schon glas da so dann können wir hier den ganzen müll rein schmeißen hier zum beispiel kommt der ganze koppelstern rahn der anti-seetran granitran der koppelstern rahn und der diuritran und das redstone tun wir dahin wahrscheinlich ja kohle obsidian ach das tun wir mal zum da tun was da mal dabei obsidian was weiß ich wofür es noch brauchen koppelstern haben wir jetzt ein dann nehmen wir mal koppelstern mit in die hölle ja immer fast das letzte so dann haben wir ein stack reicht das nehmen wir noch mal koppelstern treppen mit dafür tun wir dann mal das raus vorher soll ich nämlich wie gesagt mit diese diamantspilzakke ist sehr schön da kann man schnell schnell machen so hoffe ich mal dass mir die habe ich denn schon im bogen eigentlich habe ich denn schon feile gucken ob ich wieder federn oder sowas haben da haben wir hühnerfedern da haben wir vorher steigen wir am stöcke prima ich muss mir echt so ein werkpunkt mein still so machen wir uns mal pfeile hier gibt es denn da 20 naja gut ist nicht so viel wir könnten noch mal sechs feuersteine gebrauchen also hier haben wir schon ein ende perle wo habe ich die denn her geholt weiß ich gar nicht mehr so normal sechs kies so ist das nicht schön ja prima sowas geht das jetzt auch so oder gibt es dann da keinen feuerstein mehr und dann kommen die feuersteine nur mit der schaufel das ist natürlich auch dumm sie kommen auch so ok prima hatte ich gesagt aber ich mache mir gleich doch noch mal eine schaufel so machen wir uns mal noch eine schaufel gleich reicht ja eine steinschaufel dann das gleich noch mal ich hätte gesagt 66 von den dingern so gucken das war nicht so ertragreich noch mal ein durchgang sondern können wir mit den pfeilen bewaffnet dann mal in den meter gehen wir haben eine schöne diamanten rüstung müssen natürlich trotzdem aufpassen weil laba ist halt laba so jetzt haben wir genug da haben wir genug von der rollen so bogen prima und den kies können wir dann hier lassen und schmeißen immer irgendwo rein zum beispiel da da hätten wir ja noch eine schwarzpulver heute kurz an hätten wir noch dinge gehabt enderperlen brauchen wir müssen an lohen denken so wie sieht denn das mit der tageszählung dann aus und nehmen die tage liebe freunde ich glaube das wird eine ganz lange folge denn der tag den kann ich ja dann ich gucke da mal ab und an wegen dem tag nach so ab ins neta oder in den neta errungenschaft erzählt prima so sind wir jetzt hier sind wir in einer höhle das ist also schon mal gut 20 quats 13 haben wir schon ich glaube diese teigwest geht dann relativ hart also sind meine freunde die man ja nicht angreifen soll geh du mal da weg da das möchte ich gerade abkloppen ja genau hoch hoch wir haben schon 20 und es sieht ein sturm auf das funktioniert hier auch das ist ja dann schon mal super ha mist so wo ging es jetzt wieder da ging es lang ich habe mir das jetzt gar nicht ausgeschildert war da ist es ach nehmen wir mal noch ein bisschen mehr mit gewittert ja noch nicht das gibt ja auch gleich schöne level ja so dann geht es wieder zurück und zum schlafen ja es regnet warum eigentlich was ist das denn eigentlich für in der insel da waren wir auch schon drauf glaube ich so ok gut nach 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 nach